ich hab grad noch leckere karotte ich hab ne granate wenn du die irgendwo siehst sagt hat dann von wo können die kommen weißt du das keine ahnung komm mal komm mal komm mal shit mann wir müssen gleich abchecken von wo die überall kommen beide beide total nicht beide nach tod bei der einer gibt es der ist ultra gefressen da kommt der ist schon uns und zeit das kommt mir echt zu voll als wenn hier auf dem auf dem neuen pc irgendwas anders wäre nicht nur sein pink wäre nett nur dein pink ist an alle die arbeit in 16 okay ganz kurz zurück und durch die smoker prüfen also von a können sie auf jeden fall nicht kommen sind wieder zurückgegangen ja die kommen kommen bei mir drop einer ist immer noch die tonik also einer ist aber ich habe jetzt gemolid da können sie erst mal nicht kommen weiß ich gern zeit die können ja auch bg also ja aber ich habe jetzt gleich sind gleich und zeit okay ich mal eben werde ich leider kurz hinten also ich sehe job immer noch nichts ich komme mit uns gleich kurz der bombenleger ist tot wenn es theoretisch erwarten so plantet oder so im speedway ja ich weiß was ich gemacht habe ich bin durch die smoke gegangen natürlich hat keiner fokus auf smoke gehabt wo ich so weg klatschen also dann gehe ich jetzt einfach in drop und du läufst auf long beim craig pink der bergler stimmig ja ich bin ich antwortet oh mein gott ist schon hier unten durch fickt die kacke ich habe mal in der hand gehabt da ist schon ist ich glaube das sind beide was für dreckige lager man die maschel locker steht man das ist kacke wenn man das noch nicht wenn wir noch nicht wissen wo die spawnen wie schnell die sein können und so wir waren direkt schon dort gestanden und ich wollte noch hoch mollieren weißt du so ganz gemütlich okay jetzt haben sie noch fucking chance aber der hat mich...oh shit...later tonic...da habe ich zwei...beider für den moment ja hier ist einer hier ist mindestens einer der hat mich hat geflasht und genaded...buy drop ja bei titanic steps oh mein gott 63 in 1 da kommt er, hast gesehen? scheiße man fuck ey, ich habe mich aber auch raus pieken lassen lass mal zusammen auf long gehen ich hole defuse jetzt kommen die Pistelklicks beide, beide da, beide da scheiße man 48 und 20 schade, hat sich nach mehr angefühlt unsere windstreak wird doch jetzt hier etwa nicht beendet von solchen kacknasen ne 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 ne, ich habe ne ADP nice jetzt ist Titanic kein Zuckerschlecken mehr okay, ich geh jetzt, ich geh jetzt den connector durch, okay? und mach drop vom window aus die können ultra schnell am loch schon sein, also vorne am loch, für eine sekunde, das ist nicht wie im matchmaking, die spawnen direkt in Titanic schon und spotte eigentlich sehen easy die muss hier bleiben, der Pisser na wo ist die ob ayubi, du doch mir ayubi du doch mir das internet bleibt wie es na bitteschön, bitteschön, break machen jetzt mit dem ding oder soll ich, soll ich rauf gehen wegen deinem ping, ja ich geh rauf, ich geh rauf na, ich geh mit P90 drop die könnte schon direkt unten sein, oder was, wenn ich hinkomme ne, ja, so ungefähr hab einen angefragt, was? nice der andere auch top, ne? ja, der ist close, der ist close, long, ja ist vielleicht schon keine ahnung wo der ist ne, der ist nicht mehr da okay, what the fuck ah, der war in der Ecke, der war in der Ecke gestanden loch, P 74 hab ich ihm gegeben da war rechts in der Ecke gesessen, äh gestanden na, der kommt long nice easy, pisser easy easy nimmst du die AK für long, dann geh ich mit P90 wieder drop jup oh, ich hab sogar, ich hab sogar Cash von der M4 oh, das wird echt ein hart ausgespieltes Spiel hier mit denen ich molle die jetzt erstmal was, ich mute die jetzt erstmal ah, nein oh shit oh shit nein Gott mal AWP so ekelhaft nein, er ist left lächerlich hopp, was, welcher Hurensohn geht bitte schön bitte schön da close left ich hab vorhin kurz gelegt, ob ich nen Molly reinschmeiß, aber hm, shi ok, terror wird jetzt easy ich glaub, wir müssen echt gucken, dass wir durchpushen viel durchpushen connector oder long, was sagst du? lass long long ok, ok WOAH ach komm, warum war das kein Headshot, was dann scheiße oh mein Gott halt, diese einen lucky round, die sie da lucky mäßig gewonnen haben, das ist echt eklig die steckt denn jetzt äh, die steckt uns jetzt in den Knochen shit man lass mal drop gehen was dann was dann was dann was dann das ist der das ist Oben ist einer, oh shit, ah sorry, fuck, was machen wir das mit den Säcken ey, ich Komm jetzt Scout, ich versuche auf den Ferro mit Scout. Okay. Willst du eine schnelle Sache über Drop machen? Ja. Also einer ist auf Long. Ja jetzt kommt, da bin ich. Das sind solche dreckigen Lacker ey, ich kotze. Ich bin hinterm Stein, ich warte noch kurz. Okay, ich hab ihn geflasht, jetzt müsste was vorgehen können, aber ich kann hier nicht wirklich gerade. Seh nicht, der ist auf Stairs, ich plant jetzt, lenken kurz ab. Okay, also liegt. Er kommt zu mir. Er hat Fokus auf mich. Lass ihn ruhig durchlaufen. Er kam bei mir, er hat mich gepusht. Scheiße, 10 in 1. Nice! Oh Gott, der Headshot ist... Richtig sick, man. Okay, ich versuche es nochmal mit der Scout. Ich weiß genau, das geht irgendwie. Ich gebe dir wieder die Bombe. Okay. Ich versuche wieder deinen Job einzunehmen. Oh, sorry. Fuck, sorry. Shit, man, der hat mir schon ein bisschen gegeben. Auf der Sack auf Long. Ich habe, ich schieb zu dir runter. Ja, Long ist down. Ich komme trotzdem zu dir. Ich komme trotzdem zu dir, ja. Nice, man. Nice, nice, nice. Richtig edel. Krass, wie habe ich ihn auf Long nur gekriegt? Ich musste ihn durch den Smoke auch schon getroffen haben. Okay, und nochmal, da? Ja, aber ich habe das Gefühl, jetzt wieder Drop ganz, ganz arg aufpassen. Long ist, hat mich gesehen. Die sind beide Long, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, auch beide Long gesehen. Ich habe hier nochmal geflasht. Nice. Drop down. Da hat jetzt bestimmt Fokus auf Drop ein bisschen. Ich gehe jetzt lang durch. Ich flashe jetzt kurz rein. Flashe kommt. Ja, ja, läuft, läuft. Nice, Alter, wie du die wegklatscht. Die haben keine Chance. Ah, die haben, die haben eine Eco gehabt. Jetzt haben sie gleich AWP und so einen Kack. Ey, wir haben, ah ne, wir haben noch nicht ganz das Draw. Schade. Doch, wir haben das Draw, glaube ich. War das nicht bei Runde 7? Ne, 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 ne. Wir müssen mitestens 8 haben. Ne, ne, ne. Wir müssen mitestens 8 haben. Ne, ne. Naja, wir müssen 8 haben. Ich gebe dir die Bombe wieder. Molly direkt stairs. Molly direkt stairs. Okay. Das war nicht so gut. Das war so nicht geplant. Jetzt machen sie bestimmt sehr langsam. Lass uns auch langsam spielen. Ein paar Molly. Oh. Irgendwie die Hose. Shit, man. Oh, jetzt ist er auf lang. Er kippt mir. Shit, man. Er ist Low HP. Er ist Low HP, aber nicht mehr auf der Tenne, glaube ich. Er ist wahrscheinlich bei Stars. Ich habe ihm 89 gegeben. Den Pisser. Letzterer hat 11 HP. Vielleicht innate auf Stars. Hast du ein Neck oder was? Ja. War da keiner mehr. Ich glaube, er hat eine M4 oder sowas. Vielleicht ist er auch schon bei Chicken. Ja, nice, Alter. Die Intuition. Oh mein Gott. Ey, das Spiel ist so hardcore. Er schwitzt. Zum Glück habe ich die Aufnahme angemacht. Okay, zu guter. Letzt werde ich noch eine Runde Orb spielen. Du kannst den Stars vielleicht direkt wegholen. Genau. Das war eben schon wieder so lucky von ihm. Aber dann auch von mir, dass ich ihn überhaupt getroffen... Nein! Nein, ich kam nicht in den Zoom rein. Ah, sorry man. Fuck. Alles gut, alles gut. Ich stehe einfach anzoomend da. Ich bock. Aber du könntest meinen Orb nehmen und den natzen. Ich hab's irgendwie gespürt, dass der jetzt vielleicht pusht. Nice, Mann. Ja, da kann ich jetzt da runter pushen. Das passt eigentlich. Ist das eigentlich ne Popflash? Äh... Vielleicht. Ja, ist ne Popflash. Das sehe ich von hier. Also... Sofern er da auch geguckt hat. Smog! Ja, am besten war Connector, genau. Rutter doch nicht. Was denkt er jetzt? Dass ich Connector gehe? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nice, Alter, wie du den gepimmelt hast! Ey, du hast das Spiel mit dem Highping des Todes geholt. Die Fickel ist... Richtig nice. Oh mein Gott, ist das eben. Ey, schon wieder zwei von den Grünballen. Halt, Alter. Wir sind bald aus dem Maximum, ey. Scrap, du bist jetzt schon bald sechs, oder? Ich bin jetzt sechs und hab eins schon auf dem Sechsen. Mir fehlen noch zwei für sieben. Scheiße, jetzt sind es vier bei mir, ne? Du bist jetzt höher. Wolltest du dich fehlen?